Shoshasana ist die Stellung der Lebensenergie. Shoshas heißt Hauch, Odem, Kraft und ist eine andere Bezeichnung für Lebensenergie. Raffaella zeigt, wie Shoshasana geht. Beuge das rechte Knie und gib den Fuß auf die Hüftbeuge. Hebe dann das linke Bein hoch und gib den linken Fuß hinter den Kopf und fasse dann mit beiden Händen um das rechte Knie. Atme ein paar Mal. Diese Stellung ist sehr ähnlich wie Omkarasana und Pranavasana. Eine schöne Stellung, um Prana zu erfahren. Übe diese Asana und schreib dann in die Kommentare, wie es dir dabei geht. Ansonsten, wenn du nur vor Bewunderung da sitzt, dann klicke schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir.